Was war denn da los, Leute? Oh mein Gott, hallo meine Lieben, da bin ich mal wieder mit einem neuen Video für euch und dieser Anfang des Videos ist einfach so, weil ich wirklich immer noch gar nicht darauf klarkomme. Einige von euch haben es gemerkt, dass ich circa zwei Wochen keine Videos gepostet habe, dass man nicht auf meinen Kanal zugreifen konnte, dass mein Kanal plötzlich als nicht mehr existent angegeben wurde und oh mein Gott, ich dachte mir, ich erzähle euch einfach mal in diesem Video ein bisschen was darüber, was so passiert ist und vielleicht auch wie der ein oder andere den ein oder anderen Fehler vermeiden kann oder sich auch Hilfe suchen kann und wenn ihr sehen wollt, was das alles so war, dann bleibt jetzt dran. Ja, also ich kann nur sagen, für mich war die ganze Sache auf jeden Fall ein riesiger, riesiger Schock. Ich fange vielleicht einfach mal dabei an, was ich überhaupt gemacht habe. Und zwar trug es sich zu, dass ich am Karfreitag, ich weiß es noch so genau, meinen YouTube-Kanal eigentlich nur mit einer anderen E-Mail-Adresse verbinden wollte. Dann habe ich mir ganz viele YouTube-Videos angeguckt dazu, wie man eben das Konto auf eine andere E-Mail-Adresse verschieben kann. Und de facto ist es so, dass ich ja bisher noch einen sozusagen einen privaten oder normalen Account hatte, weil ich ja eben den mit meiner ganz normalen E-Mail-Adresse ja bearbeitet habe. Und um das aber mit einer anderen E-Mail-Adresse bearbeiten zu können, braucht man ein sogenanntes Brand-Konto. Also das ist sozusagen eine Art Unternehmerkonto, könnte man sagen. Und wenn man so ein Brand-Konto hat, dann können halt auch mehrere E-Mail-Adressen oder mehrere Menschen eben einfach auch dieses Konto bearbeiten. Und man kann dann eben einen neuen Manager dieses Accounts hinzufügen und kann den alten Manager ganz einfach entfernen. Und das war eigentlich das, was ich auch machen wollte. Das heißt, ich habe mir laut Anleitung einen Brand-Kanal erstellt und habe dann auch nach Anleitung dieses, mein altes YouTube-Konto auf diesen Brand-Kanal verschieben wollen. Habe dann auch gesehen, vorher schon, dass es sein kann, dass eben zum Beispiel die Kommentare nicht mehr da sind oder so. Das fand ich jetzt aber nicht ganz so schlimm. Habe das dann auch bestätigt, dass es okay ist für mich. Und dann war plötzlich alles weg. Oh mein Gott, meine Welt ging unter. Ich habe, muss ich ehrlich zugeben, auch ein bisschen geweint, weil das einfach totaler Super-GAU für mich war. Ihr müsst euch vorstellen, ich weiß nicht, wer von euch vielleicht auch einen YouTube-Kanal hat. Ihr könnt es mir ja super gerne mal unten reinschreiben und den auch vielleicht verlinken. Dann kann ich da auf jeden Fall auch mal reinschauen und euch auch ein bisschen Liebe dalassen und vielleicht auch euren Kanal abonnieren. Für jeden, der auch einen YouTube-Kanal hat und der vielleicht auch darauf hinarbeitet, dass eben die Community auch ein bisschen größer wird und so weiter, dass einfach auch die Reichweite ein bisschen größer wird, der weiß, wie schwer diese Arbeit ist. Es ist halt so, dass man auf jeden Fall eine ganze Menge Videos auch erstmal hochladen muss. Man muss sich natürlich auch erstmal so ein bisschen finden, wie man sich eben auch so selber gibt. Das Erstellen der Videos, das Bearbeiten der Videos, also das Schneiden und so weiter, das Hochladen, das ganze Verlinken der ganzen Produkte und so weiter. Das ist sehr, sehr viel Arbeit. Das macht mir zwar alles auch sehr viel Spaß, deswegen mache ich das ja auch. Aber trotzdem ist es halt einfach sehr, sehr viel Arbeit. Und ihr müsst euch vorstellen, ich hatte zu dem Zeitpunkt bereits 40 aktive Videos und habe bestimmt auch schon 10 oder 15 weitere Videos hochgeladen. Die jetzt eben in den nächsten Wochen auch noch online kommen sollten. Man muss einfach mal rechnen, dass so ein Video als alleiniger Aufwand, ohne jetzt die ganzen Rückantworten und so weiter, mal locker vier Stunden dauert. Locker, wenn nicht sogar noch ein bisschen länger. Je nachdem natürlich auch, wie lange das Video ist, wie aufwendig das ist, ob es ein Vlog ist oder so. Und das Nächste ist, dass es natürlich auch einfach sehr, sehr lange gedauert hat, bis ich meine Abonnentenschaft auch ergattert habe oder erreicht habe. Ihr müsst euch vorstellen, dass ich so in den ersten Monaten fast null Abonnenten hatte. Also ich glaube, nach den ersten drei Monaten hatte ich irgendwie 30 Abonnenten oder so. Und jetzt so in den letzten zwei, drei Monaten ist es halt passiert, dass sich mein Wachstum wirklich so exponentiell oder von euch aus so rum so exponentiell einfach gezeigt hat. Das bedeutet, dass einfach so in den letzten Wochen und Monaten einfach jede Woche so viele mehr Abonnenten dazugekommen sind, dass ja einfach sich meine Reichweite noch mehr verbessern konnte. Und das bedeutet natürlich auch für mich, dadurch, dass mein Kanal plötzlich off war, dass es einfach alles stagniert ist oder beziehungsweise, dass ich auch Angst hatte, dass plötzlich alles weg ist. Ich hatte zu dem Zeitpunkt etwa 270 Abonnenten, habe ich jetzt auch. Ich merke zum Beispiel auch, dass ich seitdem mein Kanal wieder online ist, dass mein Kanal nicht mehr so schnell gefunden wird. Was ich auf jeden Fall auch sehr, sehr schade finde. Was ihr dazu machen könnt, ist auf jeden Fall meine Videos weiterhin zu liken, zu kommentieren und auch gerne mit euren Freunden und so weiter zu teilen. Und jedenfalls hatte ich natürlich wahnsinnige Angst, dass das alles plötzlich weg ist. Und deswegen bin ich mal kurzzeitig in einen kleinen Nervenzusammenbruch zusammengebrochen und habe mich dann aber auch wieder ein bisschen beruhigen können und habe dann eben angefangen mit der Recherche. Das nächste Problem war, dass ich ja überhaupt nicht wusste, was überhaupt passiert ist. Also ich habe ja alles nach Anleitung gemacht und ich wusste überhaupt nicht, was der Fehler war. Und ich wusste dadurch auch überhaupt nicht, wonach ich überhaupt recherchieren soll. Also ich bin dann danach gegangen, YouTube-Kanal gelöscht. Dann bin ich aber irgendwann über die Recherche darauf gekommen, dass ich meinen Kanal gar nicht gelöscht habe, weil er war ja auch noch da zum einen. Und zum anderen habe ich auch nirgendwo draufgedrückt, wo es steht, möchtest du deinen Kanal löschen? Zumal ja dann auch bei solchen Dingen auch immer noch gefragt wird, möchtest du ihn wirklich löschen? Bist du dir ganz sicher, dass du ihn löschen möchtest? Bist du dir wirklich zu 100.000 Prozent sicher, dass du ihn löschen möchtest? Und diese Anfragen hatte ich halt nie. Ich habe meinen Kanal also nicht gelöscht. Und deswegen wusste ich einfach überhaupt nicht, wonach ich jetzt halt suchen soll. Und das hat wirklich einfach über eine Woche gedauert, bis ich überhaupt erst mal darauf gekommen bin, dass ich meinen Kanal vielleicht nicht gelöscht habe, sondern dass ich ihn vielleicht irgendwie ersetzt habe und dass bei diesem Ersetzen irgendwas schiefgelaufen ist. Wie auch immer. Das nächste Problem war tatsächlich, dass es unmöglich ist, YouTube zu erreichen, zu kontaktieren. Es ist so, dass es einen YouTube-Support gibt, allerdings ist er nur erreichbar, wenn man bereits Partner ist. Und Partner ist man erst, wenn man mindestens 1.000 Abonnenten und 4.000 Wiedergabestunden hat. Das heißt, dass meine Abonnenten, also ihr in dem Fall, oder auch meine Nicht-Abonnenten, auch ihr in dem Fall, meinen Content halt für mindestens 4.000 Stunden schaut und dass ich eben 1.000 Abonnenten habe. Und beides habe ich bisher noch nicht. Das war also das nächste Problem, dass natürlich mit so einem kleinen Kanal, wie ich ihn aktuell habe, es ja überhaupt keine Möglichkeit gab, mit der wenigen Erfahrung, die ich bisher habe und auch mit der fehlenden Kontaktmöglichkeit, überhaupt mir Hilfe zu suchen. Also habe ich gedacht, naja gut, dann suche ich jetzt erst mal einen möglichen Hilfe-Foren. Und ich habe auch mir 1.000 YouTube-Videos angeschaut. Es gab wirklich kein YouTube-Video, was auf dieses Problem hindeutete. Und hinzu kam, dass es auch auf so, ich sage jetzt mal, freien Hilfe-Foren, wie jetzt zum Beispiel Gute-Frage.com oder wie die alle heißen, gab es einfach keine qualifizierten Helfer, beziehungsweise hat auch, ich habe zwar eine Anfrage gestellt, aber mir hat bisher keiner geantwortet. Also hatte ich als nächste Lösung für mich im Kopf, dann werde ich vielleicht einfach mal Google kontaktieren. Denn YouTube und Google gehören ja zusammen und alles, was bei der YouTube-Hilfe-Seite oder bei den YouTube-Hilfe-Seiten ausgeschrieben wurde, geht auch oben unter Google. Und man hat ja auch, man ist ja auch über seinen Google-Account bei YouTube angemeldet und so weiter und so fort. Jedenfalls habe ich mir gedacht, dann kontaktierst du einfach mal YouTube, vielleicht helfen, äh, Google, vielleicht helfen dir dir. Ich habe sie dann auch kontaktiert und sie haben mir auch wirklich sehr, sehr schnell zurückgeschrieben. Allerdings mussten sie mir mitteilen, dass sie mir nicht helfen dürfen, weil es nicht um Google geht, sondern um YouTube. Und man solle doch bitte YouTube kontaktieren. Haha, witzig. Naja, jedenfalls haben sie mir auch den Tipp gegeben, dass ich doch vielleicht in das spezielle Hilfe-Forum von YouTube einfach eine Anfrage rein stelle. Ähm, gut, ich bin dann also nochmal in dieses Hilfe-Forum gegangen. Es waren mittlerweile auch wirklich schon, es ist auf jeden Fall eine Woche schon vergangen. Und ich bin dann nochmal in dieses Hilfe-Forum und habe dann auch nochmal ganz viele Suchbegriffe eingegeben, wirklich von Kanal gelöscht über, ersetzt über, äh, Abonnenten weg, Content weg, was auch immer. Ich habe wirklich alles Mögliche gesucht und dann bin ich endlich auf einen Beitrag gestoßen, der so ähnlich war, wie das, was mir passiert ist. Und diesem Kanalbesitzer wurde dann auch tatsächlich geholfen. Also der Content wurde wieder hergestellt und der komplette Kanal wurde wieder hergestellt. Und dann habe ich mir gedacht, alles klar, jetzt versuchst du es einfach selber. Ich habe also selber einen Beitrag eingestellt. Ich werde euch den unten auch nochmal verlinken. Da könnt ihr dann auch nochmal nachlesen, was da passiert ist und was wir eben auch so miteinander besprochen haben. Und da konnte mir dann endlich geholfen werden. Das Gute bei diesem YouTube-Hilfe-Forum ist, dass es dort Helfende gibt, die selber ein Interesse daran haben, auch zu helfen. Und zwar ist es so, dass das quasi so halbe YouTube-Professionals sind, könnte man so sagen. Und zwar nicht unbedingt Mitarbeitende oder MitarbeiterInnen von YouTube, aber eben Leute, die sich damit sehr, sehr gut auskennen, weil sie zum Beispiel auch öfter schon mal Hilfestellung geleistet haben. Und was ich meine damit, dass sie auch selber ein Interesse daran haben, zu helfen, ist, dass sie dadurch in ihrem Status, in ihrem Helferstatus aufsteigen können. Das heißt, sie fangen eben an bei so einem Basic-Helfer sozusagen und dann steigen sie eben auf. Ich weiß nicht genau, wie die Stufen sind, aber das ist dann so sinngemäß. Silber, Gold, Platin und so weiter. Und da habe ich mir dann gedacht, alles klar, die Leute, die mir da helfen, die werden mir wahrscheinlich auch wirklich helfen wollen. Weil in diesen normalen Hilfe-Foren, so wie zum Beispiel gutefrage.com oder wie die heißen, ist es ja so, dass die Leute dann ganz oft auch schreiben, ja gut, da kann ich dir auch nicht helfen. Also dann hast du das wahrscheinlich irgendwie falsch gemacht. Und darauf hatte ich natürlich keine Lust. Jedenfalls hatte ich mir dann eben auch so einen Helfer angenommen, der liebe Thorsten, und hat sich dann eben auch gleich der Sache bemüht, hat mich dann auch gefragt, kannst du mal bitte das und das und das nachschauen? Dann habe ich ihm eben wieder geantwortet, das und das geht nicht, das und das geht und so weiter und so fort. Wie gesagt, ihr könnt es auch gerne in diesem Forumsbeitrag lesen. So trug es sich dann eben zu, dass er dann tatsächlich nach einer Woche etwa mir dann tatsächlich auch helfen konnte. Er hat nämlich dann, also zum einen hat er herausgekriegt, alles klar, da ist anscheinend wirklich etwas schief gelaufen. Und zwar nicht unbedingt etwas, was ich falsch gemacht habe, sondern einfach bei dem Prozess selbst. Und dann hat er gesagt, ich werde jetzt einfach mal YouTube kontaktieren. Und dann hat er YouTube kontaktiert und YouTube hat einfach mal meinen Kanal wiederhergestellt. Also, das ist auf jeden Fall passiert und ihr habt ja dann auch gesehen, dass mein Kanal wieder online gegangen ist. Und die Videos, die dann zwischendurch eben laufen sollten, die habe ich dann einfach nochmal neu gestartet. Deswegen sind in der letzten Woche auch ganze drei Videos von mir rausgekommen. Und dieses Video schiebe ich jetzt einfach nochmal so dazwischen, damit ihr einfach auch wisst, was da los war. Denn ihr habt es bestimmt auch gemerkt, dass einfach auch eine Weile von mir nichts gekommen ist. Ich kann wirklich nur sagen, ich bin so glücklich, dass ich A, dieses Hilfe-Forum gefunden habe, dass ich B, den lieben Thorsten gefunden habe und dass C, einfach meine ganzen Sachen wiederhergestellt sind. Dass wir uns wieder haben und dass ich nicht einfach von Null anfangen muss. Das hätte ich wahrscheinlich auch gemacht und das hätte auch alles gut funktioniert. Aber es ist einfach ein halbes Jahr sozusagen, ja, weg. Ja, und an dieser Stelle möchte ich einfach nochmal dem Thorsten einen riesengroßen Dank aussprechen. Ich werde euch übrigens auch seinen Kanal unten mal verlinken. Er hat auch so YouTube-Hilfe und so weiter. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel auch YouTube-Probleme habt, dann könnt ihr euch sehr gerne auch mal auf seinem Kanal umschauen. Und des Weiteren könnt ihr ihn auch einfach kontaktieren. Das hat er auch ausdrücklich nochmal zu mir gesagt, dass ich das eben auch sagen kann und soll und darf. Und so weiter und so fort. Und ich verbleibe auf jeden Fall mit diesem Video einfach dabei, dass ich mich bei euch allen, bei allen Zuschauern, bei vor allem allen Abonnenten super, super doll bedanke, weil mir durch diesen Break einfach auch so bewusst geworden ist, wie sehr mir diese YouTube-Sache wirklich auch am Herzen liegt mittlerweile. Ich habe halt vor einem halben Jahr so gestartet und habe mir gedacht, ach, du machst einfach mal so die ersten ein, zwei, drei Videos und schaust mal, was dabei rumkommt. Und mittlerweile muss ich wirklich sagen, ist es auch zu einem wirklich festen Bestandteil meines Lebens geworden. Ich bin mittlerweile dabei, einfach wirklich zweimal die Woche Videos zu posten oder hochzuladen. Und ich freue mich immer so sehr über jeden Like, über jeden Kommentar, den ihr mir darunter schreibt. Natürlich auch einfach über jeden Klick, über jeden View. Und ihr helft mir wirklich einfach sehr, sehr doll, wenn ihr meine Videos einfach auch ein bisschen weiterleitet, dass eben die Community auch Stück für Stück wachsen kann, weil eben auch mehr Leute auf dem Kanal und auf uns als Community aufmerksam werden. Und des Weiteren helft ihr mir natürlich auch, wenn ihr meine Videos schaut und zwar bis zum Ende. Mit diesem Dank an euch alle möchte ich mich jetzt gerne von euch verabschieden. Am Sonntag gibt es wieder ein ganz normales Tutorial-Video von mir. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder reinschaut. Und bis dahin sage ich erstmal bis bald und alles Liebe und vielen Dank. Bis dann. Bye, bye.